Das Zentrum der Weltwirtschaft verschiebt sich unausweichlich in Richtung der Schwellenländer. Das ist ein natürlicher Prozess. Dort wird in erster Linie Wachstum stattfinden. Das sind die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und des Nahen Ostens. Diese Staaten wollen nicht länger als Rohstoffkolonie dienen und als Quellen für billige Arbeitskräfte. Sie wollen, und das zu Recht, vollwertig an der weltweiten Arbeitsteilung teilnehmen und eine würdevolle Bezahlung für ihre Arbeit zu erreichen. Das verstehen alle. Schauen Sie, Russland hat das wahrscheinlich vor allen anderen verstanden und hat damit begonnen, aktive Kontakte aufzunehmen mit den afrikanischen Staaten. Wir versuchen ebenfalls mit ihnen zusammenzuarbeiten. Alle sind nach Afrika aufgebrochen. Und schauen Sie mal, wie auf die Bewegungen Russlands heute der Westen und die USA reagieren. Das russische Außenministerium und auch andere Beteiligte an der Politik wissen, wie die Amerikaner versuchen, diesen Prozess auszubremsen und Russland nicht nach Afrika zu lassen. Bei den BRICS sind zum heutigen Stand wahrscheinlich Wladimir Wladimirowitsch inzwischen schon Dutzende Anträge eingegangen. Vielleicht auch mehr. Die Länder wollen den BRICS beitreten. Sie wollen sich mit ihnen vereinen. Sie sehen darin die Zukunft. Genau dasselbe geschieht auch in der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Wladimir Wladimirowitsch, also Russland, braucht nicht, sein Haupt so tief zu senken, im Zusammenhang mit der entstandenen Situation. Gerade Russland kann zu einer sehr starken Lokomotive werden, sowohl in der Shanghai-Organisation wie auch bei den BRICS, um die Entwicklungsdynamik dieser Organisationen weiter zu befeuern und eventuell auch das, was sich die progressive Menschheit wünscht, auch die Vereinigung dieser Organisationen in der Zukunft. Russland muss äußerst aktiv sein. Russlands Autorität, ungeachtet dessen, was der Westen jetzt schreit in allen Massenmedien gegen Russland, ist riesengroß. Russland hat das Risiko auf sich genommen, die unipolare Welt herauszufordern. Russland steht im Vordergrund dieser Prozesse und auch wir befinden uns an der Seite.